Hi! Heute zeige ich euch mal einen kurzen Einblick in das Spiel 4 Online. Lange wäre der kurzer Sinn. Ich gehe erstmal ins Deathmatch und versuche dann so währenddessen was zu erklären. Oder das Spiel zu erklären. Bevor ich anfange, eine kleine Warnung. Wenn ihr den puren Ego-Shooter-Skill sehen wollt, müsst ihr euch ein anderes Video aussuchen. Also ich bin jetzt zwar nicht schlecht mit Controller an der Konsole, aber am Laptop. Start-Operation. Elimitieren. Du warst Unglück. Am Computer ist das nicht so. Toll, gehst du Ende der Runde. Ich stehe dran. Wenn die Map agi ist. W-A-R-E-S-D-Steuerung. 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 Das ist wirklich toll verpackt, irgendwie. Ja, ruhgeladen sind hier. M-Ission Failed. Was für eine Runde! Aber die werde ich auf jeden Fall hochladen. Die sind richtig cool. Aber weil die so kurz war, mache ich jetzt noch eine Runde. Wenn es das Spiel zulässt. You ready? Kratos ist legit. Wie ihr seht, geht ja ganz normal ums Deathmatch. Team Deathmatch? Meine Fresse. Boah! Bug it! Bug it! I played Harbour Iria in the Ours. Mal gucken, ob es wieder verpackt ist. Man hat auch verschiedene Modi. Aber die versuche ich euch in den nächsten Videos noch näher zu bringen. Oh, geht schon los! Es gibt auch einen Story-Modus, also einen Szenario-Modus. Wo man so im Koop mit Leuten, so gegen KI, in verschiedenen Welten kämpfen muss. Aber naja, mal gucken. Jetzt geht's erstmal hier richtig zur Sache. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Klar, die sind alles schon drin hier. Das ist immer das Wichtigste. Das ist immer das Wichtigste. Genau. So macht das Spaß. Das ist immer noch ein bisschen besser. Oh, die Alba-Pumpe. Wuhuu! Alter, ich habe einen Assist erhalten. Das ist ein Typ, Alter. Mit einem Typen von Swarm-Turn-2 meine ich war das. Oh, dieser Navy-Ziel da. Oh, cool. Ja, das ist oft sehr laut, wenn man getötet wird. Ich hoffe, es ist nicht so übertrieben laut. Das hat mich schon ein bisschen gehört, aber... Ich appelliere darauf. Oh, so kann ich weitergehen. Uah, so nicht. Alter. Ich habe so auf dem Sack gemerkt. Die laute Geräusche sind immer weggemacht. Oh, Mann. Ich hoffe, ich habe mehr seit diesem Spiel nicht. Oh, Mann. Die riesigen Abonnentenzahl. Oder... Klicks. Es ist einfach so, dass man wieder ein Video hochgeladen wird. Alter, ich habe gerade erschrocken. Ja, also so hat man die pure... Spaß am Spielen hier. Ich habe jetzt nicht alle sterben. Feuer in the hole. Feuer in the hole. Oh, jetzt passt sie nicht durch, Mann. Ich muss auch sterben. Yeah, 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 yeah. Ich kriege nicht hin. Wir kriegen, laufen, laufen, und dann werden wir anvisieren. Da bin ich einfach... Ich wollte gerade schon sagen, kardiologisch nicht. Feuer in the hole. Aber... Wer ist das denn? Motorisch, meine Güte. Alter. Das ist schön, wenn man so... Abkassiert wird hier. Fetzt. Nichts möchte in der Hände, in der jedem, aber... Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich gehe jetzt! Ich gehe jetzt! Ich gehe jetzt! Ich gehe jetzt! Du kannst so gar nichts machen! Mann, helfen wir auf den Zünder hier! Genau! Schau! Schön, mich blocken, dass ich nicht weg kann! Ja, das ist schön! Ah, Assist-Kills kriege ich doch immer noch! Wow! Ich wünsche dir, Mann, ich wünsche dir! Ah! Ich bin auf den Zünder! Der geht mir so auf den Zünder! Also tut mir leid, jetzt wenn's jetzt nervig ist für euch, aber ich werde jetzt so lange hier hängen! Bis ich den Typen einmal getötet habe! Was ist denn jetzt? Ach da, ich kriege mich ja nicht. Jawoll! Ich bin recht, ich bin schon für die Runde. Ich glaube, ich habe alles in Ordnung, was ich will. Er hat seinen Fett wegbekommen. Oh, ich bin schon wieder weg. Oh, Mann! Das ist so mal human ausgedrückt. Auf jeden Fall, wenn man so ein Mensch ist, der schnell frustriert ist, dann darf man ihn auf jeden Fall nicht spielen. Und dann schafft er den ja wohl. Da ist er wieder mein Freund. Jaaa... Kommt nochmal weggekrochen, geil. Immer wieder. Oh nein, wer hätte damit gerechnet? Das ist unglaublich. Na ja. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch mehr machen. Einfach um mein Profil mit Videos zu füttern. Ja, und... Lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!